Warum sparen die meisten zu wenig? Warum haben sich eben zwei Drittel gemeldet von Ihnen, die gesagt haben, ich spare zu wenig oder ich würde es doch gerne noch verbessern? Der Grund, wir haben ja im ersten Vortrag ein bisschen darüber gesprochen. Wir haben gesagt, Geld hat ein Leck in sich selbst. Unser Gehirn ist nicht für Geld gemacht. Wir verlieren Geld, wenn wir es benutzen. Wir haben die falschen Geschichten über Geld. Sie erinnern sich. Fassen wir das jetzt mal kurz zusammen. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Sagen wir mal, das hier ist Ihr Monatseinkommen, das Wasser da drin. Die Flasche ist der Monat, das Wasser ist Ihr Monatseinkommen. Wofür müssen wir alles Geld ausgeben? Miete, also wir brauchen Geld für Miete. Wofür noch? Versicherung, Autosteuer, der Staat, der ist schon immer gierig. Was noch? Was brauchen wir noch? Essen, der eine ist ein bisschen mehr. Freizeit, was noch? Die Kids brauchen Geld, was noch? Urlaub, oh ganz wichtig. Seminare, ganz viel. So, dann noch ein bisschen Pizza da, ein Kaffee da, Kino da. Und dann ist am Ende des Geldes noch ein bisschen Monat übrig. Die meisten sagen nämlich, und das ist der große Fehler, ich spare das, was übrig bleibt. Und wer hat das schon erlebt, dass es viele Monate gibt, in denen bleibt zum Teufel nochmal einfach nichts übrig. Deswegen ist das kein gutes System. Was Sie dann haben, ist nur eine riesige finanzielle Sauerei. Also, was sollten wir tun? Sie haben es hier auf der Seite 50. Sie bezahlen, das ist der Fehler, die meisten Menschen bezahlen sich nicht selbst zuerst. Bezahlen Sie sich selbst zuerst. Das ist das ganz große Ding. Bezahlen Sie sich selbst zuerst. Wir sprechen gleich, wie Sie das machen können. Und noch ein kleiner Exkurs hier. Machen Sie niemals, niemals, niemals Konsumschulden. Machen Sie niemals Konsumschulden. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das überhaupt sagen muss, ob intelligente Menschen, finanziell intelligente Menschen haben keine Konsumschulden. Vielleicht sage ich es mal ganz eindringlich. Sagen wir mal hierhin, gehe ich zu meiner finanziellen Freiheit. Und jedes Mal, wenn ich ein Dispo nutze oder einen Konsumkredit aufnehme, gehe ich von meinem Ziel finanzielle Freiheit einen Schritt weg. Weg und noch einen Schritt weg und noch einen Schritt weg. Und ich muss dann erstmal wieder eine ganze Zeit zurück, bis ich wieder da bin, wo ich schon mal war, um überhaupt wieder auf Null zu sein. Das ist doch ekelhaft. Ich will doch dahin, kann ich doch nicht nach da gehen. Wer versteht das? Wer wird nie mehr Konsumschulden machen?